Sarah Engels und Pietro Lombardis Zoff geht in die nächste Runde. Vor wenigen Tagen streitet sich das einstige Traumpaar öffentlich im Netz. Der Grund für den Zwist sind die blondierten Haare ihres gemeinsamen Sohnes Alessio. Während der Siebenjährige und sein Papa die neue Frisur toll finden, bringt die Sängerin auf Instagram ihren Unmog zum Ausdruck. Nun äußert sich Pietro erneut zum Beef mit seiner Ex. Gegenüber Bild versichert der 30-Jährige, dass er niemals eine optische Veränderung an seinem Sohn vornimmt, ohne es zuvor mit Sarah zu besprechen. Sie kennt die Wahrheit rund um die ganze Haargeschichte. Was die Leute denken oder was sie erzählt, wie schockiert sie ja ist, dass sie angeblich nichts wusste, das lasse ich jetzt mal so stehen, ärgert er sich. Direkt nach dem Friseurtermin schreibt die Kölnerin ihm eine Nachricht, dass sie die Frisur nicht gut findet. Zum Streit kommt es in diesem Moment aber nicht. Daher finde ich den Vorwurf nicht fair, dass ich etwas hinter ihrem Rücken gemacht habe. Der Streit war einfach nur sinnlos. Von meiner Seite gibt es auf alle Fälle keinen Zoff, versichert der DSDS da. Inzwischen ist die schlechte Stimmung zwischen Pietro und Sarah also wieder behoben. Tag er schreibt sie auf alle Fälle prepенсieren. floor 1 Untertitelung des ZDF, 2020